hallo und herzlich willkommen zurück hier oben fehlt da freut sich die stromproduktion auf alle fälle wenn ein paar maschinen nicht mehr aus sind ja genau was wollte ich sagen wir wollen uns ja um das wie heißt um den rakett treibstoff kümmern hat hier genug gespeist von hier oben im moment ja so sollte das kein problem sein und wir wollten dafür für unsere kettoption das können wir ja das mal verlofen ist egal das mal verlofen lassen bis es glüht und da wollten wir hier auch so ein plastikwerk das wollten wir uns umbauen am besten nämlich das hier das soll jetzt sowas hier produzieren ja geht das gut ja das geht relativ gut wie schnell produziert das geschwindigkeitsmodule halten der kommt eigentlich guter hermit ausgenehm das bleibt nicht drin liegen das ist schon was aber das ist ausmauer das ist mir egal was was kommt hier eigentlich die plastik was ist denn das für ein fließband überhaupt ist das ein kohle fließband sie müssen ja ein kohle gearbeitet ja ich glaube hier reicht langsam gehen daher reicht ihnen sind nicht bloß nach ihnen befüttere jetzt so in dem brauche ich immer noch halb ich irre mich oder gar nicht immer noch um ändern das ist kein thema so 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 genau was drin von dem zeug oh ja oh ja ja halt auch man die meichen das ist am liebsten ich bin natürlich ein band lang nehmen muss man drauf machen die schnellste variante das ist einfach ja einfach so darauf brauche ich nicht mal einen greifarm in brauche ich einen tunnel 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 haben wir zack zack und zwei armchen was nehmen wir denn dafür welche wir nehmen die schnellen die flinken die wiesel arme tierschützer wiesel arme so hau rein junge so perfekt brauche ich mir auch sonst das weiße zeug gerne gang machen hier wird stetig nach hier wird stetig nach produziert ja kann ich das auch komplett weg machen erstmal brauche ich nicht genau so und dann kümmern wir uns jetzt genau um was ist das für ein zeichen was eben drum zerstört das müssen wir überprüfen ich wünsche mir ein auto her haben hier oben die mauer kaputt gemacht dann haben wir uns gerne mal ein bisschen mauer mit wir müssen uns hier rein raiden die bösen habe ich auch keine lust drauf 100 stück das ist viel zu viel denke ich mal dann gucken wir mal hier oben ach ich habe mein panzer das ist ja in ordnung das kann offen bleiben ich bin der drei geschütze auch in ordnung nie zerstört hier wurde aber nicht zerstört wie steht da noch alles ach hier der hier ja gut dann müssen wir hier mal noch einen hinbauen oder drei ein mal noch drei einstecken also können wir die auch hier hin basteln wenn wir hier so einen stress machen hier oben brauchen wir noch zwei armchen zwei armchen zwei armchen ich habe jetzt noch rot gebaut ein bisschen so 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 ich muss noch mit einem halben ohr auf meine türe hören weil ich heute soll was abgeholt werden das wäre blöd wenn ich das verpasse ja mal hier noch hin was kostet das ist ja auch so freilich rum junge so haben wir das gefixt hier oben so halbleiter oder ne kein schalbleiter baumaterial mit geringer dichte Kunststoff wir brauchen halt doch Kunststoff ist es aber nicht so schön das raum wird auch unten klein mit hinten vielleicht ich weiß ich noch nicht das wäre oben sinnvoll hier oben wäre das sinnvoll das muss ja nicht extra runtergefroren werden das Plastik hier haben wir Plastik hier haben wir Stahl hier haben wir alles hier jetzt machen wir hier die Plastik abziehen dann brauchen wir das nämlich drüben irgendwo hin hier den Stahl was brauchen wir noch Kupfer oder so ne doch Kupfer 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 Plastik Stahl Plaste Kupfer Stahl Stahl gut Kek mal hin habe ich noch genug ja ja genügend so Plastik Plaste und elaste wir brauchen einen Tunnel 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 mehr Tunnel Plastik so muss man das irgendwo hier drüben gleich zusammenfließen hier unten ist Stahl dann brauche ich mir den am besten ab ich würde ihn ja lieber von der Hauptleitung nehmen aber ich würde es hier ja ich nehme mir das von der Seite damit es hier irgendwo herankommt hier am besten irgendwie brauchen wir einen Splitter ich brauche einen Splitter boah ja hier kommt doch mal schlecht so aus boah Leute ich habe Hunger ich muss dann erstmal frühstücken jo Frühstück ist wichtig ich habe echt knast langsam aber ich dachte mir ich nehme erstmal ein bisschen auf und dann mache ich das boah das unnötige Essen wenn ich den weg mache dann knallt sich schon alles raus hier unten oder oder nicht wo ist denn der äh nö ist nichts passiert das ist gut ja hier kommt das Stählchen das ist stark mal eine gute Portion drauf gebaut ich habe ja gewusst dass wir da noch was brauchen aber ich wusste nicht dafür aber ich könnte es mir vorstellen und kupfer 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 ich glaube da werden wir eine eigene kupferproduktion hier oben hin bauen denke ich mal wäre jedenfalls sinnvoll das dann nicht von der linie zurück abzuknapfen so dann haben wir das schon mal bleibt jetzt achso ich brauche von splitter hin könnte ich machen wird aber eher einen schnellen greifer nehmen so hier arbeite hier unten brauchen wir sowas für magician und das mit dem plastik wird auch noch ein kleines problemchen wir haben nicht wie es aussieht was ist denn das hier was ist denn das hier drin ach ja die öfen stein und plastik brauchen wir wir haben ja genug steine auf alle fälle auf alle fälle es vergeht keine folge wo auf alle fälle sagt so und plastik ja es kommt schon ein bisschen plastik hier natürlich aber die masse wird es sein die wir werden da schon und ich brauche nämlich drei ja drei reichen immer so brauchen wir nehmen wir schnelle in dem schnelle vier achte nicht immer mehr drei brauchen wir wollen drei links öfen also brauchen wir sechs sechs und eins zwei drei fünf aus dem rausch machen so oder warum nämlich hier oben dann gleich sieht es hier unten aus mit ja das sieht schon hier ist schon eine kleine schlange aber wie gesagt uns fehlen ja noch das andere zeug hier maketen steuere können wir schon mal lunchen was wir dafür brauchen die blauen das ist gut die blauen haben wir unten schon eine menge vor produziert das ist gut ja 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 so viel sind es ohne habe ich hier irgendwas angehalten das ist produziert naja die grünen okay gut gut dann kann man das gleich weiter produzieren ja 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 grünen am stau kann weitergehen so unser erster lichtbogenofen ist hamsch ja perfekte können nämlich gleich von da oben das rausnehmen das dauert immer ewig so lichtbogenofen So, was brauchen wir noch? Ach ja, dieses Geschwindigkeitsmodul. Das gehen wir unten gleich mal einschalten. Da brauchen wir die Stufe 1 nur. Ja, Modul 1. Das wird hier unten schon hergestellt. Da unten. Ja, und das wird ja auch mit hergestellt. Also mit hier rum nur. So. Jetzt wird er herstellen. Genau, Geschwindigkeitsmodul 1. Was haben wir hier eigentlich noch? Batterien haben wir ja auch gebaut. Brauchen wir aber irgendwie nicht mehr? Ja, das brauchen wir. Genau. Und den muss ich drehen und dann produziert in die Kiste. Ja. Oder ich tue es noch umleiten einfach das wieder nach hoch. So. So, genau. Jetzt brauche ich Fließbänder wieder. Tony. Stell ich mal mit dran. Jetzt gehen wir weiter Lichtbogenöfen verteilen. Und dann mache ich das auch mit hier hin. Dann kann das alles gleich da rein gefüttert werden. Und dann sieht das ja alles schon prächtig prima aus, würde ich sagen. So, der zweite ist fertig. Ja, die bauen wir jetzt einfach hier hin. Gut. Gut ist. Ein Bräuchner. Für den brauche ich ja noch. Ähm. Ja, ne. Stahlprobleme. Ach, Stahl. Eisenplatten. Ja, nicht doch. Heideltska. Kapitän. Eisen, 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 Eisen. Egal. Wir bauen uns kein Eisen. Wir machen dann einfach hier die... Na, wie heißen sie? Die Fließbänder tun wir einfach mal abbrechen. Also bauen wir bestimmt erstmal eine. Denke ich mal. So. Komm schon eher hin. Genau. Her damit. So. 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 Wenn schon fleißig. Supi. Und dann machen wir mal das gleich hier so. Bäh. Hier gleich raus wieder. Ach so, der Fließbänder. Hehehe. Aber guckst, wir brauchen wir jetzt im Moment nicht. So, dann machen wir schon mal. Ja, hier steht klar. Da, da. Da, da, da. Da, da, auch mal. Und, so wie gesagt, so eine, 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 so eine Schlangebügemaschine. jetzt haben wir die drei komponenten die kann ich ja alle klein in so ein ding rein oder ich tue die schlitten da kann ich mehr reinkommen das werde ich vielleicht eher machen wir werden sehen wir werden sehen ja der von da und die müssen beide weiter runter ja wahrscheinlich nicht so weit jetzt brauchen wir genau richtig so das ist falsch rum so aber da kann man nämlich ja wo man klein noch so ein ding hin sind ja das kupfer mache ich mir keine sorgen haben auf alle fälle hier noch hier schnelle arme rein ich brauche auf alle fälle ach so warte mal wo kommt denn das zeug dann wieder raus wenn ich da muss ich die linie weg genau dann produzieren die ich brauche hier nämlich einen langen hin wenn der hier unten in den kommt dann noch einen langen der kleine macht es dann hier drauf und dann so brauchen wir erstmal eine kleine produktion für den anfang ich brauche noch einen langen hin langen und zwei kurzen so und jetzt raus machen ja genau so ich brauche noch mal den strom und du produzierst nämlich da das dauert auch ganz schön lange denke ich mal kommt dir hier gar nicht an also dann müsste du ja so ist besser mal gucken ja was macht er denn oh ja das dauert auch lange da können wir uns auch eine ganze batterie hinstellen also mindestens wie viel machen wir denn paar o viele das machen wir auf alle fälle next feuer freunde macht es gut und ich mache jetzt erstmal frühstück ciao ciao ciao